Außer sie, wir. Okay, vergiss es. Trotzdem, what's up everybody, herzlich willkommen zu einer Runde Riot Mobbed, äh, Moment, Riot Mobbed Robert. So, jetzt hab ich's ausgesprochen gekriegt, mit Clemens. Wir spielen jetzt eine Runde Aram und die Gegner haben Amumu. Ja. 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 Synchrones Ja-SOP. Und wir gehen davon aus, da wir einen Gold-Tee in unserem Team haben, dass die Gegner mindestens zwei Diamond-Spieler im Team haben. Wenn nicht sogar zwei Koreaner Rassismus war das jetzt aber nicht... Nee, aber nicht wirklich. Jetzt hättest du so ein bisschen... Es stimmt ja. Ich find ja eigentlich, das sollte Riot mal so machen, irgendwie so ein paar Tage lang so. Dass man halt irgendwie nach, äh, Diamond oder nach Challenger dann noch Koreaner werden kann. Ich glaub dafür würden die vom, äh, heißt das, äh, wie heißt denn das? Dieses Menschengericht da, oder? Oh, ne Scheiße. Ähm, ähm, von Propagandaministerium, von Pro-Pro-Rea? Korea mein' ich natürlich. Oh, feil. Ihr wisst schon, was ich mein'. Lol. Das halt mit dem Menschenrechten hier, dieses... Ah, ich komm nicht drauf. Das Kriegsgericht. Ja, ihr wisst schon, was ich mein'. Hm. Ja, ja. Das Gericht aus Hogwarts gibt's nicht in echt. Hm. Weißt du's? Weißt du's? Nö. Du als Muggel. Äh, ich mein' Otto normalverbraucher. Hau, dados tôche Frau. Das war einmal ein... kleiner... ... ... Was haben die Gegner eigentlich für Champs? Also Amumu, das weiß ich. Sibir, Sona, Volt und OP. Okay, vergiss es. Ich hab keinen Bock mehr. Wir verlieren. Ich kenne die Menschen in der Twilu's. First Item. Spirit Visage. Ey, wär so geil, wenn das ein AD-Themo wär. Ich hab das Game mal gespielt. Ich glaub, das hab ich sogar aufgenommen. Da hatten wir ein AD-Themo und der wollte das ganze Scheiß-Game lang nicht umbauen. Ah cool, LoL funktioniert nicht mehr. Danke, Riot. Ihr seid die Besten. Spaß, dies. Reconnect. LoL-Crash-OP mitten in der Aufnahme. Ich liebe das. Ich find das ist richtig cool von Riot. Ja gut, ich hab auch bisher erst in meinem Spielleben irgendwie erst um die 50 Euro in LoL gebankt. oder 40 Euro, deswegen ist es natürlich verständlich. Was? Ich dachte grad... Ich find das, wie gesagt, auf jeden Fall total verständlich, da ich noch nicht so viel Geld wie in Vollpreis-Titel kostet bezahlt hab, dass mein LoL öfter mal crasht. Ist ganz in Ordnung. Und dass die Server ständig down sind und... Ach, keine Ahnung, vergesst es. Ja, ja, jetzt wäre Schild draußen. Was denn? Bin ich tot? Achso, okay. Ich seh sie eh nicht. Achso. 70%... 71%... oh mein Gott. Ja, 80%. 88%. Ja, okay, ich war schon bei 94%. Oh, jetzt hab ich wieder... Oh, es geht los. Yeah. Nicht gestorben? Ne, cool. Kann ich was kaufen? Ne. Schade. Warum kann ich nichts kaufen, wenn ich be-mob-mich-volle? Na, da jetzt wird zurückgemobbt. Habt ihr das Ding gefüttert? Sieht gefüttert aus. Oh mein Gott, da kam Mamu-Mu mitten in den Turm gepolt und ich war nicht da. Du warst nicht da. Ich bin so sorry. Wie diese Bäume so dämmt. Auf sie, wir! Oh Gott. Was? Ich engage doch nur. Oh, I make the Blaze, bitches. The Blaze? The Blaze, genau. Die mache ich auch. Batsch, Indie. No, die hat keinen Schaden gekriegt. Yofo, den Moni-Din. Hör auf zu vibrieren, Indie. Ich hab gerade über das Lust, meine Indie wegzuwerfen. Ich weiß ja, was das Geld kostet, deswegen mach ich sowas nicht. Dammit. Oh, die flasht. Was macht der Kogma? Der wurde gerade von Amumu ge-grabt, dann kam Wodiba ange-flasht und hat ihn ge-grabt. Ich frag mich halt, wohin die jetzt gelaufen ist. Ja, da frag... Das frag ich mich gerade, weil... Ich frag mich gerade, warum ich legge. Ist die total retardet, oder warum ist die da gerade reingelt? Noch einer! Die lassen sich alle einfach ganz gichillo-crabben von denen. Alter, und ich legge auch noch. Ich hab jetzt einfach mal einen 300er Ping. Danke, Riot. Ihr seid scheiß Hurensinnen und Telekom hier auch. Es sind lauter Idioten auf dieser Welt, die nichts können und aber viel zu viel Geld verdienen. Fragt man sich. Was macht man falsch? Das sind halt die optimalen Geschäftsmodelle. Und immer dafür sorgen, dass die Leute irgendwann glauben, dass es vielleicht mal besser wird. Vor allem, es steht schon wieder 0-3, weil sich drei Leute einfach grabben lassen. Oh, ich wollte gar nicht rumgeworfen, warum das denn? Wo ist denn der Vodi? Na, Vodi? Wo bist denn du? Mensch, ich spielte der Kopf mal arm. Nee. Die schüttert. So, wenn du eine Kugel machst. Jetzt hab ich mir fast mein Mana-Pod noch reingeworfen, obwohl ich volles Mana hatte. Uff. Boah, mein AP-Schaden ist so hoch, dass die Gegner einfach umfallen, wenn sie mich sehen. Hm, das Schaden, damit hat der Voli nicht gerechnet, ne? Warte, ich bin echt zu. Okay, die Bitch. Die Bitch. Bitch, nicht Bitch. Robert, hier gucken Kinder zu. Überhaupt nicht, hier guckt keiner zu. Ich bin ganz allein. Oh, die hat schon Ulti. Auf sie. Auf sie mit, wie blöde. Le. Apropos Ulti. Ich hab keine Ulti. Ich hatte gerade schon ein Füger, von dem ich dir erzählt habe. Oh, er hat zu Left 4 Dead eingeladen. Und? Und? Hat er angenommen? Nein, ich wurde... Sag dem, der soll an alle Deutschen meinen Kanal weiterempfehlen. Das Flash-OP-Instant-Ulti. Bombo-Kombo. Aber sowas von Bombo-Kombo. Ich meine, wenn das keine Bombo-Kombo war, dann sind sie mir Bitches. Ich meine, wir haben gerade einfach mal ein ganzes Team rausgenommen. Dann heißt es nicht länger Peter. Ich ist noch nie Peter. Ich habe noch nichts gemacht, also. Amo, das bringt dir nicht sehr viel. Na gut, YOLO. Ich kaufe mir jetzt was. Wurf. GG Hipster Tower pushen. Ja eben. So, ich habe jetzt einfach mal ein Spirit-Visage, damit bin ich glücklich. Das waren doch schöne Pläser. Das war doch schöne Pläser. So muss das aussehen. Ähm, 400 Manna 500. 95 Amor 70. 10 Crudon Reduction 20. Ich bin mir nicht sicher. Iceborne, Gauntlet oder Dingens. Na YOLO. Ich kaufe mir jetzt mal den hier. Boah, endlich Crid hier. Guck, guck. Ohne Brudel, warum? Na, Rüstung muss ich mir jetzt auch noch vorgegeben. Ich brauche noch 300 Gold, dann kann ich sterben. War da nicht gerade noch mehr an den Bus? Uhuhuhu. Um, raloppa. Oh, sag bloß die... Nee. Warum habe ich gerade ein Slow-Up kommt? Ich will der Aller-Tankigste sein. Keine Ahnung. Mach dich mit Sonas. Das ist Chocobo. Womit komme ich auf Chocobo? Lone mit ihrer Kuh? Wer? Mit Sonar. Nee, die kann es Lone, wenn sie ihren Power-Cord auf ihrer E hat. Ah, gut ist das nicht so. Nee, ich kenne mich mit Sonar nicht aus. Ja, ich habe sie ja ewig lang gesucht. Ach, wir hatten das Ding füttern müssen. Jetzt habe ich das andere gefüttert. Oh, boah. Es tut mir so leid. Kann mein kleiner Schrum da das Ding entfärfen? Nee, leider nicht. Ich will mal wieder Heimerdinger im Aram haben. Ja, und ich will OP engagen. Aber irgendwer fehlt hier, oder? Nee. Warum macht die Tante immer ihr Special dann? Ich verstehe es nicht. Ja, und jetzt? Das hat sich nicht so sehr gelaunt, oder? Mumu, deine? Engage! Those Plays. Ey, diese Separier-Möglichkeiten, die wir einfach dank unseren beiden Ultis haben, sind so OP. Während der ADC da hinten umkämmen muss, wäre sonst verreckt. Vielleicht kommt Report-Amonie. Wieso? Ja, und der konnte nichts dafür. Also doch ein bisschen schon, aber der hier. Bumm. Schnieke. Ja, jetzt hast du gesehen, wie die Siebe direkt weggerannt ist. Ich binfgegengrad am Tower exekuten. Achso. Achso, kleiner Wicht. Kleiner Fratis. Guck mal, der Tower hat mich nicht mal gefokustet. Ja. Kleiner. Nichts Gegenstu. Wicht. Tuch. Ich brauche jetzt dringend Mana, das hat noch niemand je. Geht jetzt mal bitte zurück, sonst ist irgendwas. Du wisst schon. Kennt ihr das. Ja, meine Barrier war gerade so GG. Hot Shot GG, Niederlebe. Ich brauche trotzdem noch Mana. Hat Kogman Trainiline? Oder spielt der Arling? Hat Kogman spielt Arling? Los, jetzt aber. Unter den Tower. Oh fuck, ich brauche dringend Mana. Ich muss mal wieder sterben. Ne, gerade noch nicht. Ach, apropos, du bist der Gangplank-Lon. Ja. Ja, dann haben wir beide die stärksten Ultis. Zusammen. Und so. Ey, ey, guck mal, 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 guck mal. Woran bist du verreckt? Gift? Ja. Aber auch gut. Ja, kannst du das kaufen. Richtig geil. Richtig geil. Oh mein Gott, wie der das gedocht hat, ist so nice. Fettig. Was glaubt die jetzt hier auszurichten? Wuhu, dat dodge, dat dodge bitch. L2P und so. Ach komm, ich will noch die Abblinkzett-Schuhe. Können wir öfter Bombe-Kommung machen. Soraka, du bist nicht Gott. Ich mein, wenn nicht mal ich Gott bin, dann bist du erst recht nicht Gott. Wir müssen gleich die Siebe einfach mal rausnehmen. Mh, müssen wir. Mit einer Typ. Tja, Temo-Pilze stacken nicht mehr, meiner. Wo ist das hier schon? Oh mein Gott. Nice, Ulti. Nice, Ulti. Nice. Alter, diese Ulti, die war so geil, Clemens. Richtig geil. Der Beste. Ey, aber wirklich. Typ rennt da rein, keiner kann ihm helfen. Bumm, komm da Kugeln. Leute, da hinten ist ein Temo. Macht ihn fettig. Batsch. In die Fressen. Und da ist ein Ding jetzt drin. Woh, lieber. Das find ich irgendwie komisch, was der denn macht. Oh, ach, ihr wollt gar nicht drauf. Ja, macht sich grad schlecht. Ja, ich merk's grad. Das ist irgendwie grad wieder schlecht. Das grützt. Ja, aber wirklich, ich wollt grad sagen, los, drehen wir um. Vielleicht hab ich mich dann doch sicher jetzt selber dagegen entschieden. Einfach mal hier gedrückt. Ein Herz für Gang-Pling. Ja. Im eigenen Team zumindest. Ja. Ich muss aber wieder sterben. Obwohl ich hab tausende Züge dabei. Der Amumu, der geht mir grad irgendwie auf die Eier. Ich guck mal ganz kurz. Ja gut, meine Ausnahme läuft. Wahrscheinlich bin ich jetzt gestorben? Ne, doch nicht. Mein Gott. Der Amumu. Äh. Ne, das ist ja ein Temo. Das ist gar kein Amumu. Lol. Das ist Schiss bekommen. Das ist gar kein. Das fällt dir eigentlich Amumu zu seinen Temo. Oh mein Gott. Zuraka, bitte weich aus. Vor allem die Hilde und auch den. Die ganzen. Alter. Ghi. Ghi. Vorsicht. Komm einfach mal zurück, Clemens. Scheißdorf. Der. Vor allem er kriegt seine Passive und rennt unterm Tower. Ernsthaft? Ne, der hat's wahrscheinlich nicht ganz gecheckt. Ja, schon zum zweiten Mal. Matsch. Naja, den Tower kriegen wir gedefft. Ich mein, ich hab gleich sogar wieder Ulti. Na, 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 na. Ja. Denkste, Tibu. Matsch. Oh, leu. Jetzt hat die mein kleines Exkludierendes Ding nicht mehr gedodged. Ich will den hier haben. Ich brauch HANA. Kann ich den nehmen, oder? Ja, das hab ich ihn eh genommen. Wenn du gerade haben. Das ist was die Leute nennen YOLO! Und das ist was die Leute nennen ein Team! Ein Feind wurde nennen! Achja, ich hab mein Team lieb heute! Also dieses Team auf jeden Fall! Los, guck mal noch ein paar Ultis auf die Zivion! YOLO, wer braucht schon Ultis? Nevermind, my friend! Ich will immer noch der allerbeste sein! Warum krieg ich dieses Lied gerade nicht aus dem Kopf? Lass mich aufklären! Ja, ich weiß! Ich bedenke, dass ich leider die Serien nie wirklich geguckt habe! Ganz schade, find ich grad! Flash OP! Oh mein Gott, diese Ulti! Und jetzt hat er hier noch Ulti angemacht! Dieses Outplay gerade! Ich koma! Kritte ist sie tot! Oh mein Gott, Soraka ist jetzt wütend auf Taemo und Matsch! Und jetzt... Sie ist immer noch wütend! Jetzt kommt der dicke Marokai! Der, glaub ich, zu spät da sein wird! Warte doch mal auf den dicken Marokai! Jaaa, die Serie geht mir auf die Eier! Outschwumt! Richtig outschwumt! Okay, die ist eh tot! BUUUH! Irgendjemand hat mich grad angestellt! Ich nicht! Ich bin grad in LoL! Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin grad auch in LoL! Ich bin grad auch in LoL! Huiii! Ich mag Gangpings erst eh machen und dann... Ja, aber... Sorry! Kommt weg! Jaaa, gut, jetzt hab ich 3000 Gold auch... Okay, jetzt verdienen wir auch noch Kogma! Kogma, du hast deine passive! Jaaa! 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 Ich hab' den Gold von KDU, reicht's nicht! Noch ein Tand! Ne, war mal ein Tüß! Ne! 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 Geh' doch mal zurück, Ki! Du bist nicht Gott! Vielleicht seine Mutter, aber nicht Gott! Jaaa, und Gott, gleich! Na, und Gott! Weiss nicht! Uhhh, schrott man sich so mit... Ah, Kaum, Trinity... Trinity's always OP! Ja! Trinity's eh um OP! Da hast Du recht! Wenn du aber nicht weißt was du kaufen sollst hol dir eine Trinity Ja BADADY GET JINKSED Wie spricht man das eigentlich aus? GET JINKSED GET ASS Guck mal dieses riesige Po Ich will immer Chukuru sagen Wo ich das dank Zimbel kenne Ja, da ist... Los Clemens, wie wär's, Minecraft, Hexet zusammen spielen, damit ich auch immer Chocobo sagen kann? Ein Hexet-LP oder was? Mhm. Ich weiß nicht, ich will ja eh eigentlich mal irgendwann mal mit jemandem Minecraft-Explosion machen. Ich hätte ich übelst Bock drauf mal wieder. Aber halt nicht das Standard-Minecraft-Welt, das ist zu langweilig. Richtig. Das ist zu... Aber ich weiß nicht, Feed the Beast ist wie gesagt mir einfach viel zu ding an sich. Ja, ich kann das nicht einschätzen. Ich hab Feed the Beast, Normal, Minecraft und Hexet auf meinem PC installiert. Und ich weiß, dass ich Hexet am besten finde. Und dort ist ein Amumu, da sollte man immer aufpassen, weil wir ihn nicht sehen. Ich hab so ewig keinen LoL mehr gespielt. Naja, ich hab gestern ein VOD-Game gemacht, glaub ich. Ja, im Ernst, das ist echt hektiv. Na, Amumu? Bist du immer noch da? Da ist es und so. Vor allem Clemens, wir müssen die mal an dich ranpullen lassen. Und dann machst du W so in letzter Sekunde, so übelst es Skilled mit die Kuh und dann sind alle tot. LoL, die Sivir, ist die gerade AFK oder so? Ich will auch noch eine E draufwerfen. Ach, schade. LoL. Yoho, yoho, Pirate. Yoho, yoho. Und ne Buddel voll rum und so. Oh, ich liebe Gangplank. Ich weiß nicht, ob die Sivir uns pullen will oder ob die einfach nur gerade leckt. Oder ob die einfach trollt. Yoho, yoho. Und ein kleines Minion voll rum. Okay, das war mein Ulti. Cool. Auf geht's. Engage. Du glaubst, du kannst mich töten oder ein Poli-Bär bist oder was? W. Q. Weg bist du. Kack nur. Ich habe gerade ein bisschen Lust auf einen Tower-Dive, aber ich warte noch auf meine W. Tower-Dive. Okay, da ist kein Tower. Yolo, trotzdem rauch. Doch, ich hatte einen Tower-Fokus. Auf, ober. Ja, 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 boom, boom, boom. Meine Ehe nichts bringt, meine Ansicht nach. Ja, okay, hier, du darfst tanken. Meine Ehe bringt nichts. Meine Ansicht nach. Ich habe jetzt gerade nicht gehört. Was bringt nichts? Meine Ehe bringt angeblich nichts. Oder habe ich das Gefühl? Bei Gangplank? Alter, du machst EQ und der Gegner ist tot. Ist doch noch schlimmer als normal. Oh, diese Outplay ist. Outplay ist OP. Okay, lass mal zurück. Nein. Okay, lauf bitte einfach weg, Clemens. Was machst du? Scheiß doch mal drauf. Wir holen einfach gleich den Kogma, der macht Range an, während wir fighten, zerstört er die Basis. Dann habe ich ein gewonnenes Arm, was richtig geil ist. Vielleicht sehen die dich nicht. Ich glaube doch, die sehen dich. Execute, los. Ach, fuck. Wäre zu geil gewesen. Ich weiß nicht, ob man einen da sieht oder nicht, das ist es eben. Ich auch nicht. Hat noch irgendjemand Kekse? Ja, hier. Falls es einer von Roberts tausenden oder aber Millionen an Fion weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Was denn eigentlich? Achso, ob die Gegner in der sehen. Lass es uns einfach ausprobieren. Roberts, die Abonnenten brauchen was. Die Abonnenten kriegen morgen mein 10 Millionen Abonnenten-Livestream. Da haben sie was. Die Abonnenten müssen denken, sie sind hilfreich. Gib ihnen dieses Gefühl. Oh, Voli macht OP-Plays. Ich dachte, sowas mache immer nur ich und Bene. Aramsamsam, Aramsamsam. Oh mein Gott, dieser OIT. Ich liebe deine OITs. Diese Luke. Leute, ich hab den Kill bekommen. Ja, ich hilf grad. Ich bin gar nicht da. Na und? AFK-Kill sind noch viel cooler. Inhibitor respawn schnell. Boah, ich sag nur AFK, wenn Penta. Ja, easy. Nein, lass mich leben. Nein, ich will lebend. Ich will lebend. Ich will lebend. Ich will lebend. Hilfe. Nein, ich bin in Temo-Pilz gerannt, verflucht. Boah, Temo, du bist ein kleiner Arsch. Boah, ich bin so ein Boss. Ich baue einfach zweimal Giant's Blade, ohne einen Giant's Blade fertig zu bauen. Sterbt nochmal alle. Ich will mit dabei sein, wenn wir finishen. Na gut, dann nicht. GG, World Blade. Schönes. Das ist so mies. Hey, Temo-Pum. Du bist böse. Kannst du eigentlich Temos Blind mit deiner W entfernen? Äh, nee, nur Bewegungseffekte. Achso, schade. Slow and Stun. Ja, ich hab auch schon überlegt. Ich weiß auch den Weiger, den ich mal Solo, äh, mit Gangplank getrollt hab. Das waren noch Zeiten. Das waren Zeiten, du. Ich würd mal sagen, ich hab die beste Score. Du hast vier Deaths, was wirst du, du Kacknob. Und du hast nicht mehr 20 Assists. Du willst den besten Score haben. Hörst du den Master hier an. Ja, der hat fünf. Der ist ja voll der Noob. Ja, wirklich, voll der Kack-Noob. Ja. GG. Ich hab tatsächlich... Achso, hier kurz, ganz normal, falls Clemens dieses Video tatsächlich guckt. Den... Ich kenn' ja Clemens eigentlich gar nicht richtig. Hier oben hab ich jetzt Sims installiert und zwei DLCs. Nur mal so, um drauf hinzuweisen. Also. Ich hab Sims, Clemens, hm? Nee. Ich auch. Verabschiede dich mal kurz von der Welt. Tschüss, Welt. Gut. Vielen Dank. Ich wünsch euch und der Welt noch einen schönen Tag nach Dortmund. Bis zum nächsten Mal.